Ich mache mich heute unbeliebt, weil ich dazu sage, dass die Mieten zu niedrig sind, die Mieten müssen steigen. Und warum das so ist und auf welcher mathematischen Grundlage ich dazu gekommen bin, gibt es in diesem Video. Mein Name ist Luke Ahrens von der ARC Energy GmbH. Wir sind im Planungsbüro, sitzen in Mainz, arbeiten aber deutschlandweit. Wenn Sie einen Planer brauchen für Ihr Bauformen, Sanierung, Neubau, Umbau, Privathaus oder auch mehr von mir aus, gerne bei uns melden. Unter dem Video auf mehr klicken, eintragen und dann sprechen wir beide vielleicht schon bald miteinander. Aber jetzt zu den Mieten. Keiner hat Bock mehr Mieten zu zahlen. Keiner hat Bock mehr Geld auszugeben für Mieten. Jeder sagt, die Miete ist Ego zu hoch, die Miete ist gestiegen und ja, ihr habt recht. Habe ich mehr Lust Miete zu zahlen, auch hier in meinem Bürogebäude? Nein! Nein! Zahle ich hier mehr Miete als in dem Altbau, in dem ich vorgesessen habe? Leider ja, aber das war ein bisschen obvious. Das heißt, wir müssen überlegen zwischen Bestandsobjekten und Neubauten. Und wir rechnen jetzt einfach mal vor, was das überhaupt bedeutet. Und zwar Mieten. Wir gehen jetzt davon aus, wir bauen ein neues Mehrfamilienhaus und wollen dieses jetzt vermieten. Hiermit kalkulieren wir ungefähr mit Kosten, die wir haben, von ungefähr 4.500 Euro pro Quadratmeter. Bedeutet, wenn wir diese 4.500 Euro pro Quadratmeter an Baukosten haben, inklusive Grundstück, dann bauen wir für roundabout 3.500 bis 4.000, bauen wir den Quadratmeter, der Rest ist das Grundstück. Und das sind schon Preise, aktuell, die funktionieren, aber früher war das auch weitaus günstiger. Früher habe ich für 2.000 gebaut, ein Tausender kam auch drauf, 1.500 für das Grundstück. Dann war ich bei 3.500, das sieht heute leider anders aus. Bedeutet, ich finde, baue jetzt diese Kosten, ich trage in meiner Rechnung, trägt der Bauträger, zu 100% den Eigenanteil selbst, für das Grundstück zu kaufen, etc. Und wir reden jetzt hier mal rein auf die Finanzierungskosten, die daraus resultieren. Bedeutet, wir haben diese 4.500 Euro pro Quadratmeter und wir rechnen jetzt nicht quasi auf Millionen, sondern einfach pro Quadratmeter, weil wir wollen ja nachher auch die Miete haben pro Quadratmeter. Das macht das Leben ja auch einfacher. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir aktuell einen Zins haben von 4% und wir haben eine Tilgung von 2%. Bedeutet, wir haben jetzt hier roundabout 6%, die wir hier an Belastung haben. Bedeutet, wenn wir diese 4.500 Euro nehmen, dann würde es bedeuten, dass wir hier rechnen über 270 Euro pro Quadratmeter, aber auch pro Jahr. Würde bedeuten, wenn wir das quasi wieder ausrechnen pro Monat, müssten wir das durch 12 teilen und kämen somit auf Kosten von 22,50 Euro pro Quadratmeter, Achtung, kalt, kalt. Da kam noch Strom, da kommt noch Heizung, da kommt noch Müllabfuhr, da kommt der ganze Spaß nach oben drauf. Wer kann sich 22,50 Euro leisten? Hebe mal die Hand. Ja, also keiner. Also das ist absurd. Das heißt, wir müssen die Baukosten, müssen irgendwie mit den Grundstückskosten gesenkt werden, dass wir dorthin kommen. Da gibt es aktuell Möglichkeiten seitens von der KfW und der BAFA, dass wir hier über Zuschüsse zumindest arbeiten können, denn wir Objekte quasi umbauen und sanieren. Und hier gibt es aktuell Objekte am Markt. Da reden wir von roundabout Kosten von 1.500 Euro den Quadratmeter an Gebäude. Plus nochmal, dass wir Sanierungskosten reinstecken müssen, nochmal roundabout von 2.000 Euro. So, jetzt reden wir dann quasi über 3.500 Euro, weil das hier ist Neubau, das ist wilder Neubau. Wir kriegen hier vielleicht ein bisschen besseren Zinssatz hin, wir können vielleicht über eine bisschen günstige Tilgung arbeiten, aber selbst wenn wir einen Zinssatz von 3 und eine Tilgung von 1% ansetzen würden, hätten wir 4%, also im Endeffekt ein Drittel weniger, dann wären wir hier nicht bei 22,50 Euro, sondern dann wären wir hier bei 15 Euro pro Quadratmeter bei 4% angesetzten Kosten für Zins und Tilgung. Wie gesagt, aktuell etwas unrealistisch, aber selbst bei 4% liegen wir bei 15 Euro. Bedeutet einfach, diese minimale Zinsanstiegskosten, die wir haben, über Tilgung bzw. hauptsächlich über den Zins, führen dazu, dass einfach unsere Mieten nach oben schießen müssten. Und deswegen baut aktuell auch keiner neu. Vonovia baut nicht mehr neu, hat alles eingestellt. Die ganz großen Bauträger auch. Die wenigsten bauen noch neu, weil es sich meistens einfach nicht lohnt. Sind wir aber in einer Sanierung und wir möchten diese jetzt sanieren und wir reden jetzt hier über Kosten, sagen wir mal von, gehen wir mal von mehr aus, wir gehen von 3.500 Euro Kosten aus, davon sind 1.500 Euro einfach mal das Gebäude, was für den Bestand vorhanden ist und das sanieren wir somit für 2.000 Euro. Diese 2.000 Euro sind jetzt förderfähig, das heißt, minus diese 2.000 Euro mal KfW 55, EE, Worst Performing Building, sind dann mal 30% on top, mal 30% würde bedeuten, dass wir hier von den 2.000 mal 600 Euro quasi runterbekommen, das heißt, wir wären hier nur noch bei Kosten von 2.900 Euro. Also diese Kosten sind natürlich immer wesentlich attraktiver. Jetzt können wir sagen, dass wir diese 1.500 Euro, die wir jetzt hier oben ja für den Kauf haben, die müssen natürlich teurer finanziert werden, die werden in der Regel wieder mit 4% wieder angesetzt und 2% Tilgung. Und die restlichen 1.400 Euro, die jetzt hier noch übrig sind, die würden dann KfW endfällig finanziert werden von roundabout 1,95% aktuell. Endfälliges Darlehen ohne Tilgung, weil die Tilgung haben wir durch den Zuschuss ja schon drin. Würde bedeuten, wir hätten, das würde bedeuten, wir haben 1.500 Euro Grundstück mit Gebäude mal 6%, also 4% Zinsen, 2% Tilgung. Wir haben hier unten noch 1.400 Euro übrig, die wir abzügt, diese 2.000 minus unsere 30%. Davon zahlen wir nur 2% Tilgung ab, weil wir gesagt haben, okay, wir hatten ja schon eine Sondertilgung da oben drin. In der Regel muss das noch kombiniert werden mit einem Bausparer oder mit einem Depot oder dergleichen. Aber wir reden jetzt mal von diesen Minimalkosten jetzt hier. Dann reden wir hier über 90 bzw. 28 Euro, was dann wieder bedeutet, dass wir hier über 118 Euro reden pro Jahr pro Quadratmeter. Das wiederum bedeutet, wenn wir das jetzt durch 12 teilen, kommen wir auf einen Mietzins quasi, den wir bräuchten von 9,83 Euro. So, natürlich brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen Tilgung, die wir einkalkulieren müssen. 1 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Hier müssen wir natürlich noch Geld einkalkulieren für eine Tilgung, die wir jetzt hier aktuell nicht drin haben. Wir haben jetzt noch Kosten nicht einkalkuliert für weitere Planer, für die Grunderwerbskosten, die Nebenkosten, die da drin sind, etc., etc., etc. Gewinn. So, das heißt, aber hier kommen wir easy auf 12 Euro und es funktioniert. Hingegen, dass wir hier 22,50 Euro nehmen müssen und da ist noch kein Gewinn drin, da ist keine Kosten, die wir für den Kauf quasi drin haben, für die Nebenkosten drin haben, oder etc., etc., etc. Das heißt, Neubau ist aktuell fast schon tot durch diese Zinsen oder die Mieten müssen massiv steigen. Hingegen, wenn wir in einer Sanierung sind, dann kommen wir damit auch anders hin und das ist das Spannende, was ich glaube, hoffentlich jetzt ein bisschen verstanden habt. Wenn ihr dazu Fragen habt, weil es war hier sehr, sehr short, dann schreibt sie gerne in die Kommentare runter oder meldet euch bei uns. Mein Name ist Duka Ahrens von der AG Energie. Wir sind ein Planungsbüro, machen Energieberatung, Fördermittelberatung, Architekturleistung, Statik, Heizung, Lüftung, Sanitärplanung, Schallschutz und Brandschutz arbeiten somit als Generalplaner für ihr Bauvorhaben und sie kriegen alle Leistungen, alle Planungen aus einer Hand und die von uns und das bieten wir deutschlandweit an. Bedeutet, wenn das für Sie interessant ist, unter dem Video auf mehr klicken, dort eintragen, bei uns melden und dann sprechen wir vielleicht schon bald miteinander.